Nachdenkseiten Die kritische Website Dreisat und ATV zusammenschustern? Das wäre ein neuerliches Armutszeugnis. Ein Kommentar von Frank Blenz Wenn hierzulande von einer Reform die Rede ist, wird der Zustand nach der Veränderung meist kein besserer. So sieht das auch beim Entwurf eines neuen Reform-Rundfunk-Staatsvertrages für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ÖRR aus. Eine Reform sei, wie viele Bürger sagen, längst überfällig bei den sehr oft kritikwürdigen öffentlich-rechtlichen Medienangeboten des ÖRR und dem Zustand der Institution insgesamt. Doch mit dieser Reform würden zum Beispiel prägende, wichtige, richtig gute Inhalte und Sender wie ATV und Dreisat zusammengelegt werden. Schöner ausgedrückt fusionieren, was dann jedoch nicht wenigen Bürgern missfehle. Von wirklicher Verbesserung und Modernisierung könnte keine Rede sein. Das Gegenteil würde eintreten. Wichtig und richtig trotz aller berechtigter Kritik Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Immer mal wieder höre ich in den persönlichen Gesprächen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weg kann, weg muss, dass dieser ganze Apparat aufgebläht sei, dass der bestehende Gebührenzwang, siehe GEZ, unsäglich anmaßend übergriffig sei, zumal der Bürger dem nicht ausweichen kann. Weiter erleben Mitbürger und ich selbst auch, dass Rundfunk- und TV-Macher mitunter uns stets selbstgefällig den Rundfunkstaatsvertrag mit ihren Produkten, Sendungen, Formaten eigenwillig auslegen oder gar missachten, was zur Folge hat, dass das mündige Publikum sagt, Regierungssender, Staatsrundfunk und andere wenig schmeichelhafte Begriffe. Tatsächlich müsste in diesen Bereichen reformerisch angesetzt werden, schaut man sich täglich Tagesschau und andere Formate an. Viele Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, unter anderem zu den Themen Krieg, Corona oder neoliberale Wirtschaftsordnung, müssen als harte und unseriöse Meinungsmache bezeichnet werden. Das ist inakzeptabel und muss geändert werden. Aber die nun angefachte Reform geht ja in eine ganz andere Richtung. In einer Betrachtung einer überaus konservativen Vereinigung, dem Kronberger Kreis, dessen Devise mehr Mut zum Markt propagiert, kommt zur Sprache, wie die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das daraus resultierende Bröckeln der Beliebtheit und Akzeptanz bei den Bürgern in den dortigen Chefetagen aufgenommen wurde. Zitat Selten hat Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Reformdruck so sehr erhöht, wie es derzeit der Fall ist. Dies zeigt sich daran, dass die Intendantinnen und Intendanten der ARD-Rundfunkanstalten im Juni 2023 erste Grundsatzentscheidungen zum Umbau der ARD bekannt gaben und ein von der Rundfunkkommission der Länder eingesetzter Zukunftsrat im Januar 2024 einen Bericht vorlegte, der sowohl Reformen im System als auch Reformen des Systems anmahnte. Auf der Grundlage dieses Berichts einigte sich die Rundfunkkommission der Länder auf strukturelle und organisatorische Eingriffe mit dem Ziel, eine langfristige Perspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu entwickeln und seine gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Öffentlich wird bereits seit langer Zeit über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert. Zitat Ende Vorschläge sind gut, ein Zukunftsrat auch. Und wie gesagt, die inhaltliche Kritik an zahlreichen Beiträgen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist absolut berechtigt. Doch darf bei dem ganzen Ärger über unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk allerseits bei Publikum und Bachern nicht vergessen werden, dass diese unser aller Institutionen sind, die über viele Jahre gewachsen, vielfältig und zahlreich aufgestellt sind und, so meine Meinung, unsere Gesellschaft doch auch bereichern, begleiten, widerspiegeln. Und das gilt es zu erhalten, auszubauen, fit für das Heute und für die Zukunft zu machen. Eine nur von Privatmedien bespielte Medienlandschaft wäre keine bessere. Man nehme nur mal die Geheimtipps des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Der Dreiländersender Dreisat sowie der deutsch-französische Sender ArteTV. Viele Formate dieser beiden Anstalten sind wirklich niveauvoll, intelligent, haben ein Alleinstellungsmerkmal, wirken verbindend. Bei ArteTV wie bei Dreisat sind Nachrichtenjournale führend. Moderatoren wie Armin Wolf von der österreichischen ZIB Zeit im Bild lassen deutsche TV-Kollegen blass aussehen. Karamoulage bei ArteTV, Kulturzeit bei Dreisat. Die zahlreichen Reportagen und so weiter über uns und über unsere Nachbarn verteilen sich über zwei Sender opulent und ausufernd und das ist gut so. Nach einer Reform ginge es diesen Sendern an den Kragen, wenn Einspar-Verschlankungspläne im Entwurf des Reform-Rundfunkstaatsvertrages mittels einer Zusammenlegung dieser Sendehäuser greifen würde. Inhaltlich sende, zeitlich, finanziell, personell, das Interesse und die Menge des Publikums betreffend. Man muss schon fragen dürfen, wie würde man diesen neuen festen Knoten lösen, zum Beispiel die Nachrichtensendungen und verschiedenen Journale beider Sender in eine gedeihliche Koexistenz in nur einem Sender zu vereinen, wenn dann nicht doch diese und oder jene Sendung eingestellt werden würde. Alles wird besser, nichts wird gut, oder? Eine Petition bringt es auf den Punkt. Kulturschaffende wie Katja Rieha warten nicht, sie wollen Dreisat mit einer Online-Petition retten. Aktivisten wie sie aus dem Bereich Kultur unterstützen eine INNN.IT-Petition, die sich für den Erhalt von Dreisat engagiert. So heißt es. Es brauche Dreisat als Plattform für kritische Debatten, als Bühne für kreative Vielfalt und als Stimme der europäischen Kultur, schreibt die Initiatorin Katja Rieha auf der Petitionsplattform INNN.IT. Rieha hat ein ureigenes Interesse an dem Fortbestand des Senders, denn sie ist nicht nur langjährige freie Mitarbeiterin der Dreisat-Sendung Kulturzeit, sondern hat in der Vergangenheit mit ihrer Produktionsfirma CanDo Berlin auch einige Dokus für den Sender produziert, wie sie auf der Unternehmenswebsite schreibt. Unter anderem habe man ein Porträt über Sarah Wagenknecht und über die Geschichte der Überwachung umgesetzt. Sie sei jedoch auch regelmäßige Zuschauerin des Programms und fest davon überzeugt, dass Kultur, Kunst, aber auch Bildung gerade in diesen Zeiten einen festen Platz in der deutschen Medienlandschaft haben müssen. Zitat Ende. Die Initiatorin hat Recht, wenn sie zum Beispiel über Dreisat sagt, die Gesellschaft brauche Kunst, Theater, Kino, Literatur, Musik, Tanz, Comedy und all die vielen kreativen Menschen, die uns auf Dreisat täglich bereichern, irritieren oder nachdenken lassen. Und sie erhält Unterstützung. Erneut Zitat. Fast 20.000 Menschen haben die Petition Stand Freitagmittag unterschrieben. Am Donnerstagmittag lag die Zahl erst bei der Hälfte. In der Liste der Erstunterzeichnenden finden sich viele bekannte Namen aus der Kulturbranche, zum Beispiel Schriftstellerin Sibylle Berg, Satiriker Martin Sonneborn, Literaturkritiker Dennis Schäck und Musiker Jan Didet. Internationale TV-Zusammenarbeit eingedampft. Die Art von möglicherweise anstehenden Reformen des Deutschen Rundfunkstaatsvertrages, die Dreisat im Visier hat, treffe auch das Verhältnis zu unseren Nachbarn Österreich, die Schweiz-Frankreich. Das Ansinnen geht nicht in Richtung Verbesserung der Zusammenarbeit, es geht nur um das Zauberwort Sparen. Doch wenn es wirklich um Sparen ginge und ja, über Geld und das kluge Ausgeben der Mittel muss immer geredet und entsprechend vernünftig gehandelt werden, bestehen in dem Gebilde öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz andere Baustellen, die zu bearbeiten wären. Warum müssen öffentlich-rechtliche Stars grandiose Summen an Gagen und Honoraren erhalten? Warum bekommen alle wichtigen Führungspersönlichkeiten im Apparat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so üppige Gehälter? Warum wird immer auf Quote und Masse statt auf Inhalte und Klasse geschielt? Wir sind ein reiches Land, das sich einen üppigen und guten öffentlichen Rundfunk leisten kann und muss. Mal ganz anders angesetzt. Wir sind in der Situation, dass wir einen sehr üppigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Rundfunk, Fernsehen, Internet, Mediatheken. Überregionale Sender, regionale Sender, Formatradio, Spartensender und so weiter. Und das besteht neben einem ebenso üppigen Privatsenderbereich. Die Vielfalt des öffentlichen Rundfunks dürfen wir uns bei aller berechtigten Kritik an oftmals die Ausgewogenheit massiv verletzenden Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht streitig machen lassen, ans Eindampfen denken, zweifeln, ausdünnen. Na klar, immer dreht sich alles um das liebe Geld. Doch es sei erwähnt, wir in Deutschland haben genug Geld. Wir Bürger zahlen sehr viel Geld in Form von Gebühren für unsere öffentlich-rechtlichen, was lediglich eine Einnahmequelle ist. Wir haben darüber hinaus überhaupt für alles Mögliche Geld. Wir bräuchten das nur an Stellen zu sparen, wo es unsinnig bis irrsinnig ist, Geld auszugeben. Und es würde mehr an Möglichkeiten und Mitteln frei werden. Es wäre befreiend. Man denke nur an unsere stetig steigenden, irrsinnigen Ausgaben für die Rüstung, an die anderen Unsummen, die in anderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, institutionellen Bereichen versickern und oder irgendwie unfair dorthin verteilt werden. Dort, wo Geld fehlt, wird dann der Mangel verwaltet. Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind absolut überfällig. Eine harte inhaltliche Kritik an zahllosen Beiträgen, unter vielem anderen bei Krieg, Corona, Wirtschaftsordnung ist gerechtfertigt. Aber Dreisat und Arte-TV zusammenzuschustern, ist wie Kunst und Sport im Stundenplan der Schulen zusammenzuschustern. Und sowas geschieht eben nur in einer Gesellschaft, die gerade das Luftholen, das Aufatmen, das Befreien von Zwängen einer in sich zusammenfallenden, zweifelnden, verwahrlosenden Lage verdient und es doch nicht bekommt, weil die Entscheidungsträger unverantwortlich handeln. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.